ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation slowdown mit dem herr gleich ja macht richtig viel spaß wenn das spiel abstürzt gerade so eine viertelstunde 20 minuten bevor der rumble vorbei ist und man darf das ding wieder neu starten und es dauert bei dem tablet hier fast geschätzte vier minuten das ist ganz toll jetzt muss ich mich echt hammerhart beeilen alter das kann einfach nicht wahr sein ich muss mir jetzt hier wolken angucken das gibt es doch überhaupt nicht wie schön so jetzt kommen erholt ich mal hier teddy ist am start oh je wann habe ich das letzte mal ein teddy gesehen hammerwerfer teddy war eigentlich ganz cool was gab es denn sonst noch so ein match hat begonnen wie schön ich bin jetzt auch endlich mal drin toll 15 minuten noch gegen es egal gegen tun squad so und es geht los aufkommen es reagiert gar nicht was ist denn jetzt hier los 15 minuten davon eine halbe minute drücke ich auf kämpfen so auf los geht's los naja ich denke einfach mal so stark sieht das ganze mir hier nicht aus jetzt mal da wird wahrscheinlich relativ viel sogar durchskippen können jetzt hier schon gleich mit dem irak lobster er macht schon so viel schaden da oben gegen den peter er ist gleich vor ort und dann kommt noch ein bänder das kann ich schon durchskippen das erste match noch mal rum gegen dr weed und da der sowieso nicht so stark war jetzt jeder bobby auch gehe ich einfach davon aus dieses match kann ich einfach mal schnell überspringen mit einer glatten 100 das sieht man schon anhand der ersten karten dass man sich da nicht großartig anstrengen muss bei diesen menschen damit haben wir jetzt innerhalb von einer minute wenigstens dieses menschen warum so weiter geht's wenn wir als nächstes das sieht schon ein bisschen anders da hausend gray bird tun squad und wir mal verschiedene möglichkeiten hier schon jetzt einfach mal mit der lila an dann gucken wir mal was passiert so er kommt auch mit einer lila die ist ähnlich stark am start mehr so und da habe ich jetzt glück dass er die burns ball nicht darauf gesetzt hat ein was mache ich denn weg mit dem ding so terrestrial cycling das wäre das da kommen das reicht das ist doch in ordnung 29 40 8 kommen da passiert jetzt auch nichts mehr ich kann das jetzt einfach mal so rennen lassen ja einfach sag das war es kommt es gibt es gebe die wippen vorbei mit einer weiteren glatten 100 scheiße gespielt trotzdem 100 bei raus bekommen so noch zwölf minuten und immer noch acht matches heißt pro match eine minute jetzt ist auch der herr sofort wieder wach geworden doch du hast geschlafen so lange starten was suchst du denn mit scharfen stein du bist gerade total das orientiert ihr kennt ihr das wenn ihr wach werde dann bist du überhaupt nicht was sache ist ja du hast das jetzt gerade die situation du bist schon beim ersten konnte der ist mir auch in der zwischenzeit auch schon einmal abgestürzt das ist toll davon hast du viel mitbekommen das ding das kann ich jetzt auch wegskippen da passiert jetzt ist mir vorne ja bei euch nichts mehr zu machen josef 30 ich will jetzt ich darf nicht länger als jetzt eine minute großartig für dieses match brauchen das geht mal gar nicht so weiter geht es ja nächstes match sieben stück elf minuten so können wir auch dass das video wenn er sofort brennt in der aufnahme ein der ein oder andere wird zuschauer ich gedacht haben ja mann was ein glück alles eh alter was ein glück der hat sofort sein gepellt jetzt kann ich nur den herrgleich zu labern den zulabern jetzt kann ich nur den herrgleich zu labern ey komm lass ja man merkt er ist jetzt gerade ich darf das vier Uhr nachts so haben wir eine lila und dann haben wir liegestütze auf der lila so können wir ja nicht echt uns miteinander ich habe eigentlich schon live in der aufnahme eingepennt mega 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 so und das war's gegen irgendeine unergründliche nummer 2813 308 00 ruft mal da an ey mitten in der nacht ruft da jetzt an um Gottes willen nein ruft nicht an nicht dass ich dann hinterher wegen ruhestörungen was weiß ich ärger bekommen Herr Gleich hat gesagt wir sollen alle anrufen Leute alle anrufen Herr Gleich hat gesagt wir sollen alle dort anrufen mitten in der nacht ja mitten um 3 Uhr nachts weil da hallo bist du das wahnsinn 3 Uhr nachts am besten tut es nicht der Herr sofort weiß gerade nicht was er redet und verlinkt den er gleich da drauf dann ja beim Telefonat verlinken das ist das ist eine super Idee ja oder Whatsapp ach ja vor allem über Whatsapp weil jeder weiß ja das ist perfekt geil das war jetzt ha 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 ruft dort mitten in der nacht an und verlinkt euch verlinkt alle mich ha 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 komm du musst ehrlich zugeben das ist jetzt wirklich mega witzig ja das ist mega witzig uh uh wir haben alle gelacht ja hammer ich muss schon lachen so jetzt so fertig komm mehr brauche ich nicht zu machen bei dem Match so und das Ding das ist auch so gut aber ja gleich bist du ein Scherzkig warte ey nur da das ist eine glatte 100 super witzig so okay guck mich nicht so böse an so wie viele Matches habe ich denn noch? 5 Stück ne? 5 Stück und immer noch 8 Minuten holy shit 4 also schreib mal Hashtag ja so grey bad 3 gepennt ne Aufnahme und ne so und schau das auf jeden Fall macht mir die Aktion leichter ja das ist nicht schlecht so jetzt kann ich eigentlich auch schon wieder skippen die Bippen so das könnte dann du bist aber auch geworden der war jetzt aber böse der war böse ja wo habe ich dich geglauben kaum kommst du oh kaum komm komm ich habe ich dir jetzt eine gute Nachtgeschichte bei animation throw down throw down throw down throw down throw down so ja um die Uhrzeit werde ich dann extrem albern nach albern haha haben wir uns alle schlapp gedacht ja ne sofort pennt in der Aufnahme ein schlapp das gab es auch noch bei keinem Youtuber das er mitten in der Aufnahme ein schlapp kitz hey was hab ich tut wenn du nicht in mir sitzt wow aua aua ne das machen wir nicht wenn wir an ihr die Tina nebendran komm so lange nicht vorher habe ich 2 Stunden YouTube geguckt oh 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 ey das ist jetzt echt bitter komm kommt der gleich rein das ist jetzt bitter er guckt sich andere Leute das ist jetzt echt bitter er guckt sich andere Leute an und pennt nicht ein und bei mir sagt er komm kommt der da schlafe ich ein alter bist du ein guckt euch dieses Video so ungefähr ja wenn ihr ins Bett gehen wollt dann guckt euch das Video an dann schlaft ich schneller alter was bist du denn für mega assi ja es gibt ja extra Leute die kaufen sich irgendwelche Apps um besser einschlafen zu können du behauptest jetzt ja guckt halt jetzt geht der schon wieder guckt euch einfach die Videos von der herrn gleich ein gleich ein und dann schlaft ihr auch an so super ja sofort pennt ein im Video unglaublich ja habt ihr sowas schon mal erlebt also das ist echt crazy shit so und jetzt einfach nur noch rennen lassen das Ding das da passiert jetzt auch zack bam kaboom 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 das Video das Video guckt zu erreichen eigentlich um dieses Match final zu gewinnen ja nein ich bin jetzt hier bei hei 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 ja was haben wir heute heute haben sie Tilu Belchera bei der Combo Mastery und eine Combo Mastery Tilu Belchera guckt euch das Video in der Nacht an er sofort schläft live ein unglaublich Hashtag Einschlaf App unfassbar ehrlich mal was soll ich dazu sagen es ist frustrierend und schockierend ich bin total schockiert gerade also ich kenne schon wieder kaum rede ich mehr gleich Rollstuhlpide am Start gleich gleich Leute ohne Spaß ihr müsst mal aufwenden in irgendeiner Weise was zu tun werden ihr seid noch gut am gucken ja willkommen zu einem neuen ich habe kein ja sonst ist es bei denen die hören das so erstmal mal begrüße also hey Leute was genau und willkommen zurück zu einem weiteren Video und auf diesem Kanal also von und gleich und dann keine Karte wird mehr gesetzt so und noch eine glatte 100 gold also jo Leute jetzt gucken wir mal schnell mal durch wie das aussieht und dann sind wir auch schon ready also wir sind jetzt hier bei 3 Minuten 32 3 Minuten 30 so gucken wir mal ganz kurz hier rein 27 haben da nur gekämpft ne komm bitte 992 bounty frank frankensie chris ab dem tomek dennis nero tularis ricky spanish top das apokalyptiker der pate herrgleich manuel k kings krabby also ich habe hier noch 100 ruf 99 jodani fat burgers bei der strommi henni thomas cookie grumelli ollie z geko moria teglis anska ulrike k sonja game michael marlene brownie dunkelfunken wenn es euch fall hat lasst mir mal ein like da schreibt euch die kommentare und abonniert den kanal schreibt sich mal wieder ein wenn es wieder heißt animations roller mit mir mein gleich aber leute ganz ehrlich sag mal ehrlich wenn ihr jemanden neben euch sitzen habt schlaft ihr da ein ich denke nicht bis dann dran und tschüss